okay wo je balkan sonst nein danke ich nicht freiwillig durch okay dann ist mir gerade noch gar nicht aufgefallen aber die stadt ist buchstäblich gewachsen was wird mit loire geschehen ja cool das gute alte loire das schloss wurde nach dem tod des königs für jedermann geöffnet man will dort ein spektakuläres wettessen veranstalten werkstatt handwerker pierre ja wahnsinn so schnell kann sich diese stadt verändern hallo marcel du bereist die ganze welt ich habe eine frage ich werde gerne wissen ob meine bilder auch in anderen städten gefallen kannst du mir helfen ja na klar was kann ich für dich tun du meines meiner bilder mit auf deine reise wenn du einen kunstliebhaber triffst erfrage seine meinung ich kann dir kein geld geben aber bitte zeige ihm ein gemälde herum selbstverständlich zeige ich dein öl gemälde herum ist ja wohl das mindeste wenn ich schon die ganze welt bereise kann ich auch so ein bild mit mir herum schleppen hallo pierre ich bin pierre ich liebe es maschinen ich liebe es anhand maschinen herumzubasteln willst du meine erfindung sehen gerne erfindung klingt interessant ich kann nun bilder von menschen auf papier festhalten kannst du mal stillstehen gut fertig hallo 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 naja ich muss mal noch ein bisschen dran basteln ja dann tu das aber der erste fotoapparat ist auf dem weg leute wir erleben hier gerade die komplette menschen evolution ja die komplette evolution der menschen technisch gesehen alles drunter und drüber die dampfmaschine wird noch erfunden doch werde ich jetzt kaufen fliegt raus ja ich fliege gerne raus bei solchen billigen produkten ne ist natürlich quatsch die komplette evolution kriegen wir natürlich nicht geliefert aber schon einiges man sieht hier wirklich einen fortschritt sieht man hier aktuell an lore wirklich am besten magst du blumen? ich darf erst nach hause gehen wenn sie verkauft sind ein stummes mädel und ein pinguhn kannst du damit wirklich glücklich machen ok nein lieber nicht und kannst du hier nicht mal essen oder? zu knauserig eine blume zu kaufen pf ich habe schon neun dumme Kuh heiz 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 dank joh hat sich loa gut entwickelt was haben wir denn hier erstklassige sternendeutung wahrsager ich will nicht zum orakel aber ich will randale heiz nehm nehm wir die stadt auseinander heiz joe ist toll ich glaube nicht dass louis genauso gut gewesen wäre wir haben uns ja wohl doch für den richtigen entschieden hallo heiz der schlüssel zum erfolg ist die gute unterstützung und der wirtschaft der internationale handel wird die zukunft der stadt prägen wenn die gesetze geändert werden kann sich die stadt entfalten die wachstumsrate dieser stadt beträgt im moment 20 prozent und hier sind wir in der second avenue ein schwerreicher mann lebt auf einer kleinen insel im norden er ist großzügig und interessiert sich für kunst sieh an da können wir doch glatt einmal unser gemälde hinbringen so was haben wir denn hier noch alles ganzes neuland für forschen sicher in diesen wenigen sekunden so viel getan möchtest du mit möchtest du mit mutter sprechen sie ist doch schwer zu verstehen ach hier sind wir wieder bei der kleinen alten dame und bei dem kleinen mädchen louis hilft nun ja er ist kein trinker mehr ist doch schön man merkt dass die stadt auch ohne einen könig auskommt ja sowas nennt sich politik Jean hat mich gebeten ihm zu helfen wir haben viel spaß das ist gut louis hey bürgermeister Jean hallo wie gefällt dir das wiedergeborene lore es steht uns noch viel arbeit bevor ich werde weiter studieren wirtschaft kultur soziale einrichtungen et cetera et cetera so ist es richtig so hier mal erst wieder randale dann dumm schlafen hilft wohl auch nicht viel geht ja leider nicht so hier oben geht es noch oh Gott das ist groß geworden hier alles Prinzessin Melina wird seitdem vermisst vielleicht hat Melina den König ermordet so weit würde ich nicht gehen die die kellerreihe hmm erfrischend und super lecker und verdammt entspannend ich habe einen neuen Wein willst du mal probieren ja nachdem nicht mehr alles an den König geht können wir natürlich uns auch mal genehmigen sicher ich bin bereit ihn zu testen aber wird er schmecken aber sicher das ist ein Qualitätswein genieße ihn kluck 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 na das nenne ich Qualität den kannst behalten ja hier oben ist auch sonst nix Qualitätswein hoho für den Arsch netti nein mit dir rede ich nicht dumme Kuh obwohl zwar der König weg ist was immer geschieht wir werden nie viel die Masse produzieren dachte ich mir nein Hermann ich will jetzt kein frisches Croissant wenn es einen Hermann gibt gibt es dann eigentlich auch eine Frau Mann hey Hermann wo ist deine Frau Mann nein nein okay keine Infos so äh hallo ich habe im Wettelsenloa teilgenommen die Menge hätte ich geschafft das Tempo war mir aber zu hoch helps ok ja wir haben es ja geschafft und den Kristall schön abgeschnaubt so hier ist nichts hallo 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 Mary eine begabte Näherin arbeitet für Madame Nettie die fiese Madame Nettie behandelt das arme Mädchen sehr schlecht dann sollte man doch nochmal zu Nettie vorbei schon mit der äh mit der Näherin reden ich würde gerne ein Möbelgeschäft in dieser Stadt eröffnen tu das doch wie sollen wir Vorhaben aussprechen und nichts umsetzen ich dachte darüber nachher Geschäft zu eröffnen ein tüchtiger Grundstückssammel äh Grundstücksmakler äh kann ich ja ein reicher Mann werden wie gesagt einfach mal die Vorhaben versuchen umzusetzen das wird schon äh hallo hab ich dir schon gesprochen Pierre ist sehr geschickt er hat meinen Anhänger wieder repariert ja der gute Pierre der gerade den Fotoapparat entwickelt da bin ich ja mal gespannt was das wird mit dem Kerl so äh wo der wo war denn gleich nochmal Madame Nettie das war hier geh weg niemand mag dich Nettie diese Stadt wuchs doch ähm Entschuldigung diese Stadt wuchs doch mein Leben blieb gleich wie langweilig seufzt vielleicht werde ich auch bald kündigen selbst nach dem Tod des Königs fertigt Madame Nettie teure Kleidung an keiner will teure Kleidung kaufen der Laden wird zugrunde gehen ich weiß diese sture Entschuldigung Schlampe weiß es einfach nicht besser und sie hat es verdient pleite zu gehen ich bin Mary du reist viel dann hätte ich eine Bitte an dich willst du mir zuhören ja welchen Gefallen kann ich dir tun danke ich habe ein paar meiner Stücke hier verkaufe die Mode in einer anderen Stadt sie soll bekannt werden kann ich dich um diesen Gefallen bitten aber klar doch klar ich nehme deine Kostüme mit wirklich danke vielen Dank Ah Geheld kostüme Schön So, dann können wir uns noch einige Quests in Anführungszeichen einholen Damit die Städte ranwachsen So, jetzt würde ich allerdings Doch gerne langsam das Inn finden An dem ich bestimmt schon Fünfmal vorbeigelaufen bin Oder zumindest noch mal kurz bei Pierre vorbeischauen So, hallo First Avenue Ah, da ist das innen genau Und da unten war doch Pierre irgendwo Pierre Pierre Nein, das war Marcel Dann war Pierre daneben Ob der den Fotoapparat jetzt schon fertig hat Mal schauen Hä? Ja? Ja? Mhm, mhm Äh, oh oh Hm Diesmal haben wir aber keinen elektrischen Schlag bekommen, sondern wurden gerüstet Mal schauen, vielleicht hat er ihn jetzt fertig Ja, hallo Pierre Die Maschine, die Bilder auf Papier brennt Vielen Dank für deine tolle Unterstützung Ich werde diese Maschine Kamera nennen Ich schenke dir eine Also Dank Äh, als Dank für deine Hilfe Und damit haben wir die Kamera erhalten Dank deiner Hilfe konnte ich sie der Öffentlichkeit präsentieren Ja, okay Gut, jetzt haben wir eine Kamera Jetzt haben wir ein Ölgemälde Jetzt haben wir Kostüme von Mary Und da ist der Händler Da will ich nicht rein Hüff, hüff Litschack Wer es kennt, darf sich freuen Äh Ja Hallo Lucien Hast du gehört? Der König ist tot Man sagt, er wurde ermordet Ich möchte gerne wissen, wer es getan hat Er wurde von alleine gehasst Äh, von allen gehasst Ja, außerdem auch von alleine Das passt schon Möchtest du Äh, wenn du bleiben möchtest Wende dich an die Dame am Empfang Tue ich, denn Ich Würde gerne Ach du Heiliger Wo gehst du nicht hier lang? Hallo Warum ein Mädchen und ein Pinguin? Das habe ich mich auch schon immer gefragt Und zwar völlig aus dem Kontext gerissen Die einzige Frage, die man sich stellt Warum ein Mädchen und ein Pinguin? Richtig Das ist die Frage, die die Menschheit bewegt Okay Ja, natürlich wieder In das Zimmer gelaufen Und wieder niemand drin ist Auf meiner kleinen Insel im Norden Lebt ein sehr reicher Mann Auf Auf Ja, auf Ach Gott, oh Gott Ja Gut, äh, dann Save mal ab Und Wir überdachten Für 10 Thaler Das rechte Zimmer Okay Quatsch Dann gehen wir mal rein Legen uns ins Bett Und genießen die Nacht In diesem Neuen Ausgebauten Lore Und ich sage Vielen Dank fürs Zuschauen Und beende hier mit die Aufnahmesession Denn ich muss die Folgen rendern Damit sie auf Damit ich sie schnell hochladen kann Damit ihr die auch pünktlich seht Und wir sehen uns dann In Naja Entweder wenigen Sekunden Oder Dann morgen wieder Auf alle Fälle Bis dahin Leute Macht's gut Ciao Ciao